Grüezi miteinander, liebe Kundinnen, liebe Kunden, ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit und für die vielen partnerschaftlichen Momente, die wir als BATTIAR-Team mit Ihnen erleben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem in so herausfordernden Zeiten. Wir als Team haben uns überlegt, wie wir den kommenden Herbst-Event mit Ihnen zusammen zum gemeinsamen Erlebnis machen können. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Es findet halt in einer anderen Form statt. Geben Sie uns doch Ihr Feedback, was Sie dazu denken. Wir nehmen gerne jeden von Ihren Inputs auf, damit wir uns für die Zukunft Ihren Bedürfnissen noch besser anpassen können. Ich freue mich auf jeden weiteren partnerschaftlichen Moment, sei das in physischer Form oder halt manchmal auch digital. Liebe Kundinnen, liebe Kunden, auf meiner Seite herzlichen Dank, dass wir Ihnen die Gelegenheit bieten dürfen, unsere Neuheiten vorzustellen. Wir haben eine ganze Anzahl von verschiedenen Neuheiten bei uns neu im Sortiment aufgenommen und eine Selektion davon werden wir in diesem Schulungsvideo präsentieren. Wir haben eine spezielle Seite, die wir gemacht haben, wo Sie alle Informationen herunterladen können. Dort sind auch unsere Sales-Folden in der gewohnten Form und auch eine Übersicht über alle Neuheiten, die wir im Sortiment führen. Wenn Sie Muster haben müssen, bestellen Sie sie bitte über Ihr Ausserdiensmitarbeiter. Der Video ist wie folgt aufgebaut. Wir werden immer eine Sequenz von jeweils zwei Weinen präsentieren, sie durchführen und Sie können sie degustieren und Informationen sammeln über die entsprechenden Weine. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und los geht's! Schweizer Wein sind im Trend. Gerne stellen wir euch heute unsere neueste Errungenschaft vor, die Marke Santé. Santé ist eine Linie mit einem Weiss- und einem Rotwein. Beides sind Assemblage. Ich habe dann eine sehr schöne Anekdote von einer Bekannten, die nicht so eine wahnsinnige Weintrinkerin ist. Sie trinkt v.a. europäische Weinen, wenn. Aber Schweizer Wein hat sie auch immer gesagt, das hätte sie nicht so gerne. Ich kann ihr dann mal zwei Flaschen von diesem Wein geben, um zu probieren. Und ich war überrascht über ihr Feedback. Sie war begeistert. Sie hatte das Gefühl, das seien sehr trinkige, weiche, süffige Weine. Und das ist das, was wir genau mit diesem Konzept erreichen wollten. Das wäre jetzt unsere weisse Santé, die eine helle, klare, weiss-gelbliche Farbe hat. In der Nase steigen als erstes die Zitrusfrüchte auf. Und dann hat er auch noch ganz hinterlegt, feine Mangonote. Santé hat einen erfrischenden, weichen Auftakt, der von der Säure- und Süssenspiel lebt. Und auch einen schönen, langen Abgang, der den Genuss so richtig in den Vordergrund bringt. Dadurch haben wir wirklich einen tollen Wein, der für Aperus geeignet ist oder für einen super Start mit Kollegen in den Oben hinein. Der rote Santé hat eine wunderschöne rubinrote Farbe. In der Nase wird man von Waldbeeren begrüsst, also Heubeere, Brombeere, Himbeere. Und im Hintergrund schwingt noch eine feine Toastung mit. Im Galmen starten wir wieder mit einem weichen Auftakt. Und dann haben wir eine ganz schöne Struktur. Eine Struktur, das ist Zäure und Gerbstoff, die miteinander spielen. Und dadurch uns eigentlich ein schönes Ende bringen, das auch lange anhaltend ist. Und auch dort spüren wir jetzt wieder die Waldbeere-Aromatik im Galmen. Auch das ist ein toller Wein für einen Abend mit Kollegen zu verbringen. Wir haben hier mit dieser Marke Santé zwei modern gemachte Weine, die sich für viele Trinkgelegenheiten eignen. Santé ist auch ein Begriff, den vielen Leuten bekannt ist. Man kann es gut aussprechen, es löst positive Reaktionen aus. Und in diesem Sinn Santé. Gerne präsentieren wir Ihnen unser neues Konzept Belle Valet aus dem Valis. Das ist entstanden aus der Zusammenarbeit mit dem renommierten Weinproduzent Jean-René Germaniers. Wir haben dort ein Konzept mit ihm erarbeitet mit Wein, das wir ausgesucht haben. Die Etiquette gibt es nur bei uns. Das Konzept ist exklusiv bei uns. Im Fachhandel wird das vertrieben. Wir zeigen euch heute einen Haida und einen Gournalet. Insgesamt haben wir sechs verschiedene Weine von diesem Produzent im Sortiment. Der Belle Valet Haida hat ein schönes, warmes Gelb. Das bringt so richtig die Sonne vom Valis zu geltig. In der Nase ist der Wein sehr ausdrucksstark und intensiv. Zu einer richtigen modernen Haida. Vielschichtig. In der Aromakomplexität sehr intensiv. Von Honig, Blindenblüten, Steinfrüchte und auch ein Touch von exotischen Früchten. Er hat einen sehr schönen, weichen Auftakt mit einer tollen Mineralität. Auch danach bringt er immer wieder die Früchte ins Spiel. Und die Säure, die man ganz leicht spürt, macht den Wein sehr erfrischend. Und kann dadurch die ganze Komplexität und die Breite, die er mitbringt, toll unterstützen. Durch das wird das auch ein ganz toller Wein, der immer wieder Spass macht zu trinken. Und man mag immer wieder ein Gläschen mehr davon haben. Der Cornelain hat eine wunderschöne schwarz-rote Farbe. In der Nase überrascht er mit einer extrem fruchtigen Aromatik. Mit dunklen Früchten, so wie Pflaumen, Zwetschgen oder Brombeeren. Im Gaumen hat er einen runden Auftakt und ein tolles, säures, süsses Spiel. Dabei sind die Gerbstoffe wunderbar eingebunden und machen den Wein sehr lange lagerbar. Also auch ein tolles Wein, den man auch noch 2-3 Jahre später geniessen kann. Der Produzent hat mit dem Heido, mit dem Cornelain und auch für die anderen 4 Weinen, die wir auch noch im Sortiment haben, ausgebrochenes Reifes, qualitativ hochwertiges Traubengut verwendet. Und das merkt man auch in allen Weinen, in dieser Trinklichkeit, in dieser schönen Frucht. Und hier ist der Name Programm. Das widerspiegelt auch den schönen Wallis, das Belle Vallée, das Lust macht auf ein Glas mehr. Das ist eine Zusammenarbeit aus der Bündner Herrschaft, in der wir mit einem renommierten Weinproduzent von Salis zusammengearbeitet haben. Und eine Weinlinie wir dekoriert haben, die für Bataillard, respektive exklusiv für Bataillard, und der Fachhandel zusammengestellt worden ist. Wir zeigen Ihnen hier 2 Weinen. Von der Rezio Prima-Linie haben wir insgesamt 3. Wir zeigen Ihnen 2 hier. Das ist ein Blanc de Noir und ein Maienfelder. Einer ist ein weisser und ein roter. Also man sieht aus der Traubensorte Pinot Noir, einer ist weiss vinifiziert und einer ist rot. Nebst dem Maienfelder gibt es aus der RSRI auch noch mal Lanzer, der typisch ist für diese Region. Bei diesem Blanc de Noir, obwohl es eine rote Traubensorte ist, haben sie hier wirklich super gearbeitet und es wird ein reiner, klare Weisswein. Dieser Blanc de Noir ist elegant, fein, frisch, fruchtig, also so richtig mystisch, als müssten wir ihm ein Bündner-Geheimnis entlocken. Der Auftakt ist leicht süsslich, was eben sehr gut zu dieser knackigen Säure passt, der von Citrusfrüchten unterstützt wird im Galmen. Also ein richtiger, toller süffiger Wein für im Sommer, der Lust macht auf mehr. Die Farbe bei diesem Pinot ist jugendlich rot. In der Nase riecht man die reifen Pinot Noir Trauben, aus denen es gewonnen wurde, mit Kriesi-, Erdbeeren- und Johannisbeeren-Noten. Der Maienfelder ist wirklich sandwig weich im Galmen. Und die reifen Fruchtaromen, die den Wein so richtig explodieren lassen, und durch das sicherlich jedes Essen zu einem tollen Erlebnis machen. Der Markennamen Rezio Prima war der Name dieser Gegend, wie sie früher geheißen hat. Das ist eigentlich die Geschichte dieser Marken. Wir haben mit diesen Weinen von dieser Linie versucht, die Bündner Herrschaft neu zu interpretieren, in Zusammenarbeit mit dem Produzent. Um bisherige Kunden zu begeistern, aber auch um neue Kunden für die Produkte zu gewinnen. Die Künstler, Erfinder, Ingenieure und eben auch Weinbauer. Die Eltern haben ein Weingutal. Und er hat sich schon in seiner Jugend mit Wein auseinandergesetzt. Und hat auch eine Methode entwickelt, die Methodo Leonardo. Und er hat schon vor über 500 Jahren das niedergeschrieben in seinen Tagebüchern, wie man einen qualitativ hochwertigen Wein produzieren kann. sowohl im Rettberg als auch im Keller, was es dazu braucht, hat er vor 500 Jahren schon niedergeschrieben. Wir haben bereits verschiedene Weinen von Leonardo da Vinci im Sortiment. Das sind drei verschiedene Linien. Das ist die klassische Linie, die Vitruviano. Die haben wir da jetzt nicht. Dann gibt es die Linie Villa da Vinci, die wir euch nachher vorstellen, wo wir auch schon zwei Weinen im Sortiment haben. Und schlussendlich noch die Linie Romagna. Das wäre eigentlich der erste Wein, den wir euch jetzt gerne präsentieren würden. Hier haben wir schon ein Apassimento-Sortiment. Der Wein sieht sehr ähnlich aus. Das ist eine Sanchovese Reserva. Das ist eigentlich der Einstiegs. Das ist der kleine Bruder vom Apassimento. Ein reinsortiges Sanchovese mit einem kleinen Anteil mit anderen Traubensorten vermischt. Und hat mindestens zwei Jahre ausgebaut. Bei diesem Sanchovese sehen wir ein extrem dunkeles und intensives Schwarzrot. Bei diesem Wein muss man mehr als einmal reinschmecken, damit man alle Noten erfassen kann. Beim ersten Mal, da schmucke ich Kriesi und Brombeeraromatiken. Und wenn man noch ein zweites Mal reinschmeckt, dann kommen noch die Örobst hinten, Gewürznoten und feine Röstaromatiken. Bei diesem tollen Sanchovese haben wir einen schönen, weichen Auftakt. Die säure und süsses Spiele, die er hat, binden Tannine sehr gut ein. Und die Tannine sind von hervorragender Qualität. Und auch die Aroma-Explosion, die wir in der Nase haben, die widerspiegelt sich im Gaumen. Sehr schöne Sache. Also man sieht, Leonardo da Vinci ist auch hier schon schön eingesehen. Und hat gesehen, dass man aus guter Hägung und Pflegung der Traube und der tollen Arbeit im Keller auch schon früher tolle Wein machen konnte. Linarius aus der Linie Villa da Vinci. Linarius kommt aus dem latinischen und heisst Grenzen. Die Reben, die im Besitz der Villa da Vinci sind auf dem Grenzgebiet zwischen Florenz und Siena. Aber der hat, kommt der Name. Dabei ist ein reinsortiger Syrah, der ein Teil in Arigfässer ausgebaut wurde. Im Linarius sieht man die typischen Farben der Syrah-Traube. Ein kräftiges Rubinrot mit dichter Füllereflex am Rand. Die Nase ist sehr intensiv. Von Vanille, Schokolade, Kaffeearomatiken und auch Quirtsaromen. Wenn man noch ein zweites Mal drinnen riecht, dann können wir auch noch rote Früchte hinterführen. Der Rosso Toscana ist vom Auftakt bis zum Abgang sehr geschmeidig. Dadurch sind auch die Fruchtaromen sehr schön präsent und machen richtig Spass, eine fruchtige, geschmeidige Sache zu trinken, die immer wieder Spass macht. Man kann sagen, eine richtige Syrah-Bombe aus der Toskana. Übrigens haben Sie gewusst, dass die ersten Zeichnungen von Parigfässern von Leonardo da Vinci gemacht wurden. Er hat an und an einmal schon aufgezeichnet, wie der Wein ausgebaut und gelagert wird. Mit dieser Linie von Leonardo da Vinci haben wir ein Gesamtpaket, das überzeugt. Es sind Wein, die sehr modern und trinkig vinifiziert sind. Es sind sehr ansprechende Etiketten. Bei der Villa da Vinci Linie sind immer Bilder von seinen Gemälden. Also sehr schön umgesetzt. Es sind Wein, die sehr viele Leute ansprechen. Und jeder kennt den Namen Leonardo da Vinci. Domaine Lafarge. Die Wein von Lafarge haben wir schon länger im Sortiment und haben sie schon erfolgreich im Verkauf. Neu haben wir verschiedene Produkte zusätzlich aufgenommen. Als erstes vorstellen wir euch den Lafarge Narassa vorstellen. Narassa ist eine Einzellage. Der Wein wird produziert aus 70% Grönasch und 30% Syrah. Der Produzent ist ein Familienbetrieb. Der Schommage Lafarge ist ein Düftler, ein Perfektionist. Ihm ist wirklich das Traubengut. Und die Verarbeitung steht im Zentrum. Ich versuche dort wirklich immer, die maximale Qualität herauszuholen, sehr fruchtbetonte Wein zu machen. Und das zeigt sich jetzt bei den zwei Exemplaren, die wir heute hier präsentieren dürfen. Bei diesem Wein sticht er ihm das schöne schwarz-rot richtige Saug. Der Lagerwein von Lafarge besticht in der Nase mit einer eleganten, feinen Beerenkomposition. Vor allem von Johannisbeeren und Erdbeeren. Im Gaumen ist er sehr elegant und wird immer kräftiger und aromatischer. Es ist also eine richtige Fruchtwelle, die anfängt und sich immer mehr steigert. Die Fruchtwelle widerspiegelt eigentlich die Machtart dieses Wein. Die 60-jährigen Trauben werden an den Stöcken trocknen und reifen lassen. Wir versuchen mit dieser Technik eine Ripasso-Stilistik hinzubringen. Und für mich ist diese Stilistik nicht nur gut gelungen, für mich ist sie sogar übertroffen worden. Die Wein von Lafarge kommen aus Südfrankreich in der Region von Perpignan, wenige Kilometer von der spanischen Grenze. Der zweite Wein, den wir Ihnen präsentieren, ist der Chimère. Chimère ist ein Name, der kommt aus der griechischen Mythologie und ist eigentlich ein Mischwesen. Und so ist auch der Wein. Es ist eigentlich ein Assemblaste von verschiedenen Traubensorten, von Grönach, Syrah und Carignan. Bei diesem Wein sticht einem so richtig die krisse Farbe in die Augen. Und wenn man ihn in die Nase nimmt, durch die Intuition, die die Farbe auslöst, das auch widerspiegelt. Man riecht als erstes wirklich Almarena-Krisi. In einer zweiten Nase, wenn man diese dran riecht, dann kommen noch Vanillearomen und auch noch leichte Würzigkeit. Und am Abschluss haben wir noch etwas Röstaromen. Im Gaumen widerspiegelt sich hier sehr gut auch die Machart, die Sie hier machen. Sie vergären den Wein tiefgärig. Das heisst bei etwa 23 Grad. Normalerweise sind wir hier eher bei 30 Grad bei einem Rotwein. Und dadurch, dass man ihn so tiefgärig vergärt, kommt eine extreme Fruchtaroma vor. Und auch die sechs Monate, die man ihn in die Barrik lässt, führen dazu, dass man noch eine leichte Röstaromatik hat. Und das ist sehr gut gelungen mit dieser Stilistik einer Winifikation. Also wirklich eine schöne Fruchtbombe aus Südfrankreich. Der Gimère des Châteaux-Saint-Rocq. Der Châteaux-Saint-Rocq ist ein zusätzliches Weingut, das Domaine Lafarge hat. Ebenfalls etwa ca. 20 Kilometer vom Mieren weg. Wir haben insgesamt fünf neue Weine, die wir neben diesen zwei, also drei andere, neu ins Sortiment aufnehmen. Und ich glaube, die ganze Linie Lafarge überzeugt durch die Perfektion, durch die Kraft, durch die Fruchtigkeit dieser Weine. Die Zugänglichkeit, die viele Leute begeistert. Und auch mit diesen Neuheiten wir überzogen sind, dass wir weitere Freunde für diesen Wein finden werden. Unsere neueste Errungenschaft kommt aus Spanien. Aus der Region Toro. Der Produzent ist Familie Farina in der dritten Generation, wo sie den Qualitätsstandard in dieser Region prägt und führend sind. Wir haben zwei Weine, die wir hier vorstellen. Wir haben noch zwei andere im Sortiment. Insgesamt sind vier verschiedene Sorten. Wir präsentieren euch hier die Grianza und die Reserva. Die Grianza als erstes Jahrgang 2015 wird aus der Traubensorte Tinte de Toro hergestellt. Die Tinte de Toro ist eine kleinere Form der Tempranio Traube. Die Traube ist aber viel konzentrierter. Das zeigt sich dann auch in diesen Weinen wieder. Der 2015er Grianza hat eine frische, granatrote Farbe. Die Nase ist sehr elegant. Mit reifen Aromen von Waldbeeren, Lakritzen und einer feinen Röstaromatik. Den 11-monatigen Ausbau in Baric spürt man mit dieser Röstaromatik. Und dadurch, als er weiterhin noch 24 Monate in der Flasche gelagert wird, verbindet sich das super und er wird zeitig weich. Auch die Waldfrüchte, die man im Gaumen hat, verbinden sich mit der Röstaromatik. Und dadurch wird er sehr ausgewogen. Ein sehr schöner Sommerabendwein, den man gerne mit Kollegen geniessen kann. Gran Goliata Original Reserva. Original ist der Ursprung des Weinguts. Das ist der wichtigste Wein, den sie schon seit den 70er Jahren produzieren. der über die Landesgrenze heraus grosse Erfolge feiert hat. Der Wein wird ebenfalls 100% aus Tinta de Toro produziert. Und als Reserva 18 Monate in Baric Fässer ausgebaut. Die dunkle und dichte Farbe steht in diesem Reserva richtig gut. Der Ausbau von 18 Monaten in amerikanischen Eichen bringt eine schöne Schocci Vanillaromatik. In einer zweiten Nase findet man auch noch dunkle Früchte, so wie die Flumen. Trotz einem 2014er-Jahrgang ist der Wein frisch, fruchtig und jugendlich. Ein richtig schöner Wein, der einen eleganten Abgang hat und lang anhaltend ist. Also ein Wein für romantische Stunden oder um einen Abend schön vor dem Schmini ausklingen zu lassen. Bodegas Farina, unsere neue Errungenschaft im Sortiment der Wattejahre. Die Wein gibt es schon auf dem Schweizer Markt, aber wir sind überzeugt mit den Qualitäten, die wir hier im Glas vortroffen haben, dass wir den Markt noch weiter ausbauen können und mit ihnen zusammen weiterentwickeln können. Falls jetzt noch Fragen auftauchen vom Schulungsvideo, können Sie sich sehr gerne an Ihre Ausserdienstmitarbeiter wenden. Sollten Sie noch weitere Degupakete für die Schulung von Mitarbeitern oder allen von Kunden benötigen, können Sie sehr gerne bei uns auch bestellen. Profitieren Sie jetzt von den Spezialkonditionen von unserem digitalen Herbst-Event. Die genauen Informationen finden Sie auf der Einladung, die Sie bekommen haben. Herzlichen Dank, dass Sie gemeinsam mit uns den digitalen Weg gehen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und auf ein erfolgreiches, letztes Quartal. Ja, Dario und Tibor, ihr durftet die ganze Palette an unseren Neuheiten degustieren. Gibt es einen Favoriten von Ihrer Seite her? Also, was man sicher mal von Anfang an sagen kann, es sind alle sehr gut gesehen. Aber was mir jetzt besonders gut gefallen hat, ist der weisse Haida. Weil die Fruchtigkeit und die Breite, die er in seiner Pracht dargestellt hat, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist einer, der mir Spass macht. Ja. Und beim Roten ist es eigentlich für mich der Gran Collegiata gewesen, der rausgestochen hat. Obwohl schon ein sechsjähriger Wein, hat er jetzt noch eine frische und Fruchtigkeit, wo sehr jugendlich daherkommt und auch für lange Zeit auch noch Spass wird. Spannend, glaube ich, heute war wirklich, dass wir sehr breite Paletten haben, von verschiedenen Beinen, verschiedenen Regionen, verschiedenen Preisklassen auch. Und ich glaube, es ist nichts darunter gewesen, wo man nicht aktiv unseren Kunden anbieten kann. Zielgerichter natürlich. Ich habe zwei Sachen rausgesucht. Es geht ein wenig darum, zu sagen, es sind meine Lieblinge. Aber ich glaube, wo ich auch ein Potenzial sehe, ist sicher mal bei dieser Linie Santé, wo wir wirklich etwas Neues auf die Beine gestellt haben, mit einem weissen, mit einem roten Wein, wo, wie gesagt, sehr trinkig daherkommt, zugänglich, ein sehr breites Publikum abholt. Ich habe diese Geschichte erwähnt gehabt, mit der Bekannte, die ich das zeigen darf. Und das repräsentiert bei mir das durchschnittliches Publikum. Und das ist das, was wir den Wein damit abholen wollen. Dann persönlich ist sicher Lafast. Das ist auch etwas, das ich sehr gerne trinke. Die ganze Linie hat mich sehr überzeugt. Wir waren schon ein paar Mal dort unten, wir durften das Weingut anschauen, den Schammark und die Familie lernen konnten, wie sie die Weide minifizieren. Es überzeugt wirklich den qualitativen Standard, den sie haben, modern umgesetzt. Aus Frankreich, wo es heutzutage nicht ganz so einfach ist, zum Verkaufen. Aber genauso wie aus Südfrankreich, der Stil kommt gut an. Und der Ski-Meer ist wirklich eine Wucht, eine Frucht-Power-Wucht, die überzeugt. Ihr habt jetzt das alles, mit dem Filmen, mit dem Setting, mit Scripten, alle zum ersten Mal gemacht. Wie war es für euch? Es war eine spezielle Erfahrung. Ich denke, bedingt durch die ganze Situation, die wir uns jetzt bewegen, haben wir uns neu orientieren. Und es war spannend, uns an das hinzutasten. Es war für uns ein Neuland. Ich glaube, wir haben versucht, uns vorzubereiten, weil Stand-up gut oder schlecht kommen kann. Es hat wirklich Spass gemacht. Und ich denke, das ist etwas, das wir künftig in dieser Form sicher weiterentwickeln können. Und es gibt neue Möglichkeiten, um solche Dinge weiter umzusetzen. Das Neue daran war, dass ich zwar die Weine degustieren und präsentieren durfte, aber was anders war, dass ich kein Feedback bekommen habe. Normalerweise habe ich immer, wenn ich sonst mit Weinen präsentiere, habe ich Leute, die mir sagen würden, ja, stimmt, stimmt, nein, dann ist es so. Und da hatte ich echt niemanden, der die Tauben auf und die Tauben runter macht. Das war eigentlich etwas spezieller. Und auch das musste man sich am Anfang gewöhnen. Aber ich glaube, die Nervosität, die wir hatten am Anfang, ist mit jedem Schluck und mit jeder Aufnahme etwas schneller besser geworden. Und ja, im Gegenschluss war es richtig spassig. Wir hatten eine Frau wie ich war. Ja, man hat es richtig gespürt auch mit dem Herzblut von euch beiden, als ihr da die Weine vorgestellt habt. Danke vielmals, dass ihr das hier gemacht habt. Auch danke Martin. Und ja, hopp!